Sag fort, wie warm kann ich denn nicht öfter bei dir sein? Warum geht das nur zweimal im Monat? Sind wir zusammen, bringt mir das doch sehr viel Freude ein, wie das eben ist, wenn man sich lief hat. Aber die Mutti sieht das nicht gern, warum hält sie mich, denn von dir fährt? Und dabei lieb ich euch beide, denn ich bin euer Kind. Warum nur kann ich denn scheinen, wo ich gerne bin? Sag fort, wie warm bringst du mich nachher nicht mal nach Haus? Und kommst für ein Weilchen mit zu uns rein. Die Mutti wirft dich doch bestimmt nicht einfach wieder raus. Aber du sagst nur, dass es nicht geht, weil irgendetwas zwischenein steht. Und dabei lebe ich euch beide, denn ich bin euer Kind. Warum soll ich nicht entscheiden, dass wir bald wieder eine Familie sehen? Bis zum nächsten Mal.